Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fallout London. Wir sind hier gerade wieder bei unserer Base. Ich habe das Signal mal ausgemacht. Wir haben hier neun Leute. Wir haben neun Betten. Wir müssen erstmal wieder ein bisschen ausbauen, sonst wären die alle unglücklich. Wir sind ja gerade hier erst bei 64% Glücklichkreuz. Ja, was das hier mit der London Bridge aus sich hat, keine Ahnung. Versuchen sie das Kriterium. Ja, Station Monument. Ich würde sagen, wir reisen hier zum Dingerns und gehen zum Beef Ida und machen wieder Hauptquests weiter. Und da sind wir auch schon. Na toll, und es ist dunkel. Moin Leute. Oh, ganz gut. Geht aber euch so. Ein bisschen Ballerei oder was? Hm. Was ist da denn? Ich würde es nicht hier sein. Hey. Jetzt haben wir auch einen Posten. Ah, 9's, 8's, 7's. Bam! Give it up. Ooh, das ist gut, Omae. Oh, das ist gut, Omae. Ich bin jetzt aber nicht so heavy. Zum Glück ja. Ich würde doch eigentlich nur mal irgendwo eine Runde pennen. Oh, die ist gewehr. Kampfarm. Oh, die ist auch scheinbar. Und noch was zu kaufen. Verkaufen. Blutige Ordomance. Uniform. Tanekort. Ach, hier ist Tunnelseuche. Ja, jetzt die Frage. Können wir mit dem Chemikalienanzug in die Tunnelseuche? Nein. Die sterben einfach. Nicht mehr in der Tunnelhustenzone. Okay. Aber es muss doch irgendwas geben. Das Spiel jetzt abgeschmiert. Ne, doch nicht. Ja. Unglück. Hm. Geberstick. Das ist auch so örtlich begrenzt. Da muss man irgendwie rein kommen. Später. Der Schutzanzug ist anscheinend nur gegen die Chemikalien. also Strich Strahlung. Was haben wir denn hier? Da. Ah, Repeater. Komm ich da rein? Ach, von hier. Ah. Sieg im Hinweis. Was haben wir denn hier? Mündliche Zustimmung. Ich bin jetzt, Freunde. Würde Sie sich vorstellen? Ja, das Ding aus meinem Gesicht. Okay. Ich kann das nicht machen. Mein Name ist Lazarus. Ich bin hier mit einem... ...Gentlemen. ...From der Syndicate. Wir sind alle Freunde hier. Warum? Warum? Das wiederholen Sie? Wir sagten Sie. Wenn Sie sich bezahlen müssen, müssen Sie nach Wintergarten gehen. In der Isle of Dogs gehen. Das ist woher wir arbeiten. Never überraschend die Macht von guter Dokumentation. Jetzt. Die Insider-Informationen. Die Labs? Ja. Ich bin bereit, um ihre Lieblings zu verlust. Ich habe sogar einen schönen Mann mit Blueprints von jedem Laborator. Alles ist auf ein Verbrechtes, um diese Holotape zu werden. Ich gebe Ihnen die Informationen, und Sie geben mir die Ticket. Viele davon. Wir sind nicht? Gah! Herr. Herr. Ja. Moment, Sir. The microphone, gentlemen, the microphone! Alright, let me say this real loud for your microphones. Now, either you're playing us for fools, or you've got valuable information. Either way, I don't see why we should pay you when we could just wring that information out of your throat. Was that loud enough for you, Sir? Gentlemen, please, you're making a mistake! Get up. We're taking a trip to Winter Garden. Just me, you, my mates, and this pistol, of course. Please, don't hurt me! I said, get up! Wäre ja auch so einfach gewesen, oder? Nein, nein, nein! Hat er sich einfach fangen lassen, als würden wir die Typen da rausholen, oder was? Na, super! Und ich dachte, hey, wir finden jetzt Nazaros der Sitzaun isst einen Rheinburger. Aber nein! Dann gehen wir erstmal hier rein. Oh geil, Bobby Pins. Einen Cleaner. Extra steig, ein bisschen Baumwolli. Deckel. Alles nix. Deckel, Deckel, rechte mit dem Deckel. Achso, das ist auch wieder so die Kappe. So. Oh. Und hier oben. Tut leid, aber ich kann kein Englisch lesen. Stei-Aro? Keine Ahnung, was das bedeuten soll. Das ist bestimmt wieder irgendwo gut, oder? Gentry. Rundpistolen. Ach, das Ding. Ja. Jetzt mal aufgehen. Freue gemacht jetzt. Was hat der denn hier oben wieder Sniper gemacht? Serviette, Dachsfleisch. Was kommt der denn an Dachsfleisch? Oh, noch ein überfälliges Buch. Ich frag mich nicht, warum ich das immer mitnehme. Keine Ahnung. Hier gibt es ja noch nicht mal ein Fenster. Was macht der Typ hier mit einer Sniper? Hä? Warum liegt der hier tot? Ein Plan, ne? Jo. Hat sich wohl mit den falschen Leuten hier eingelassen, ne? Dann gehen wir wieder raus. Was ist das hier für ein Bunker? Was ist denn denn schon wieder? Ich mein Splott hier. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Oh mein Stoff, das. Ja. 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 Oh, mit dem kann man doch hier schön durchwandern. Oh, hast du denn ein Kampfgewehr? Wer fiel hier mit Kanaden rum? Nicht die feine Art hier. Wo ist er denn? Da! Was hat denn unser schöner, legendärer Gegner für uns sehen? Jetzt sehe ich mal. Eine Angel-Maschinenpistole. Was? Gibt 10 Punkte Energiescheine zu und kann Gegner schwätzen. Okay. 9 Millimeter. Automatischer Stunner Receiver. Auch ein Kampfgewehr. Auch ein Kampfarm. Echt da oben? Echt hat eine Granate nach mir gebrochen. Ist jetzt ruhig im Karton hier oder wer? Oh, eine Katze. Fusionszellen. Jetzt hinter sich. Schau dir. Aber die Knarre sieht geil aus. Muss ich mir mal tunen. Oh, Relics. Und siehst du? Damit haben wir... 9. Ich wollte hier bei dem Bunker gucken. Dann räumen wir hier die Apparments runter. Für uns umgegenlich. Ein bisschen Munition. Ich glaube das Ding hat zu langsam echt ausgedient hier. Step-Nay Apparments. Hm. 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 Gotcha. Kill-Roy was hier. Woh? Ach du mal G'schuss, äh. Weißt du was hier? Oh, von hinten ist aber unfair. Was macht man da nicht? Komm aus aus deiner Ecke. Oh, ein Dienstgewehr. Ja. Bei der Weile können wir echt gut schon reinstecken. Dann jetzt die legendäre Zeitpumpe. Hack-Timer. Oder? What? Ah, oh! Oh, fear! Offensionsgewehr! Das all hindern sich! No graffiti! Satteln. Neee, eigentlich nicht! Da ist nix drin. Ach hier ist noch ein Foto. Gewüscht, Kollege. Oh je. Hatte ja zwei Schlagringe dabei. Keine Ahnung. Oh, Bleistift. Microscope. Oh, nimm mit. Funktion, Funktion. Ah, Nummer 10. Du bist aufgestiegen. Ja, ist ja schön. Aufsteigen macht Spaß. Was haben wir denn? Das, 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 mach ich alles mit. Denn ich kann es bestimmt mal eines Zeitpunkt machen. Add. Ja, ich sehe, dass das ein Kumpel ist. Oh, right away. Liken. Hm, hm, hm. So, jetzt noch eine Weh. Und dann gibt's noch Mühe. Oh. Den haben sie ja noch nicht mal ausgeplündert, hier die Leute. Was ne Verschwendung, ne? Na ja, gut für uns. Proteinpack. Noch mehr? Ah, geh nur noch nach London. Also, raus mit uns. Beutel. Noch mehr Zeug. Haben wir 237. Ich hatte schon Angst, wir wären schon wieder direkt voll überladen. Noch nicht ganz. Beton ist hier echt selten. Oder was? In diesem Bunker. Ich will noch nicht sterben. Hier vorne. Wo ist es denn? Das hier oder was? Sieht doch aus wie so ein Bunkel. Notfallbunkel. Gehen wir rein? Ja. Und wir sind drin. Was haben wir da denn? Ja, 5% mehr Schaden mit Zielführer. Yes. Sehr schön. Zuckern Dose? Ja, nehme ich mit. Leuchtfackeln. Haben wir das hier auch? So, wo soll jetzt der Typ sein? Untersuchen Sie Wintergärten. Na toll. Ich finde das Gemälde. Also ich würde wohl trotzdem einfach nach Hause reisen wollen. Weil wegen hier Angel Knarre am Auftunen. Wir haben hier noch ein Level Up. Was machen wir denn? Das stärken wir ganz geil, oder? Du bist zum Schmied 2. Schmied, ja. Brauchen wir nicht. Erte 3. Hm. Der verwendete. Ich glaube, er geht auch erst ab 24. Das könnte man machen. Braucht jetzt noch öfter auf. Ich glaube, wir nehmen Stärke. Sonst ja mal ein bisschen pushen. Dann geht's jetzt nach Hause. Die Knarre mal tun. Mal gucken. Mal gucken. Die Monis. Die Monis. Das Lingen. Dann wird schlapp losgehen. Außer die Gesangbücher. Die brauchen wir. So. Was können wir denn herstellen? Brust. Burst. Schaden. 15, 18. Automatisch. Eiszustall. Heavy Frame. Legereichweite. Nebel. Das ist aber 9mm. Naja, wird 25 Schaden machen. Erte Piercing. 45er. Laufspritze. Taktischer Lauf. Längerte Leichter. Besser der Treffgenauigkeit aus der Hüfte. An dem Elasting. Standardkolben. Vollständig. Lächerschaft. Auf. Der Schnellauswurf. Trommelmagazin. Hör. Da läuft mit noch was. Wenn dann fett mit Trommelmagazin. Dann hier. Hintergrundisierung. Leucht vorne. Leucht hinten. Max. Alternativ. Machen wir mal Alternativ. Was haben wir noch? Kompensatoren. Los Bremse. Schalldämpfer. Das war's. Dann müssen wir mal Angel Machine Pistole. Und dann machen wir uns ein bisschen neun Millimeter. nochmal mit der. 1.141. Oh. Das Ding auf die 6. 60 Schuss an. Falls ihr Strahlung habt Leute, geht da hin. Ist in einer Stunde vorbei. Wir können auch eben schnell woanders hin reisen. Aber nicht vergessen, vorher speichern. Von da aus ist es ein ganzes Stück darüber. Wir gehen von da aus dahin würde ich sagen. So sind wir auch schon. Diesmal lassen wir uns aber nicht von allen möglichen Sachen ablenken. Aber wir gehen straight hier hin. Okay, wir gehen da rein. Wenn wir gerade schon mal den Punkt haben, dann gucken wir nur ganz kurz rein. Dann machen wir sofort weiter. Wir lassen uns nicht lange aufhalten. Gucken nicht in alle Schränke rein. Töten nicht alle Gegner. Ja, die grüne Riege des Ölands. Ach ja. Ich kann nicht mehr aufhören. Oh, was geht denn hier? Ich kann nicht mal aufhören. Hey, watch what you're doing. Okay. Nö. Du stehst mir hier im Weg, ah. Und wenn er denn hier an ist. Ah, werden wir was mitnehmen dürfen mal. Brennungsbehälter. Hm, jene. Ach, das Rattengefühl geklaut. Ach so. Einer von euch immer zu sagen, ne. Oh, er ist tot. In die Form der fünften Knolle. Können wir? Nein, können wir nicht. Bleistift. Ja, der hat auch nur so'n Ding, ne. Ja. Das mit dir? Ja. Ist schon ein wunderschöner Tag hier. Ist aber nur hier ein anderes Lager für die hier, oder was? Oh. Siehst du, wo kann ich die nicht mitnehmen? Wo kann ich die nicht mitnehmen? Doch, jetzt. Ha. Haben wir elf? Wollen wir ihn vernichten? Ja. Oh, ist das fies Held, ne. Wir retten. Ja, die zu verkaufen. Was? Wo denn? Ja. Wo geht das? Reschuzid-Schaden-Blocken oder Sprinten? Hm. Den hat er gequillt. Ist denn von euch irgendeiner wichtig? Nö. Irgendwie nicht so. Was denn hier? Hm. Aber die Knarre ist geil, ne. Wir werden damit wahrscheinlich nur sehr viel Munition durchwannern, ne. Na ja, gibt Schlimmeres. Was? Einer von euch irgendwie wichtig. Ah, das ist ne fünfte Konomme. Ok. Dann gehen wir wieder raus. So, genug Ablenkung. Können wir auch noch was schaffen. Nein, da gehen wir jetzt nicht hin. War schon komisch, dass niemand da mit uns reden will. Subway. Und was steht da? Oh nein, Google. Mühe an. Oh, lass mich mal eben nachladen. Zeit für Flower Power. Zeit für Corn Beef. Zeit für Dex Fleisch. Zeit für Dex Fleisch. Wicht der leuchtende. Die Olle hier. Oh, nicht der Typ. Danke, Junge. Okay. Erstmal so ein ganzes Ruhlen. Ja, zum Glück war die nicht. Legendär. Ich wollte euch einfach nur friedlich durch die Geigen latschen, ne. Und zwei, drei haben wir auch schon vorher Black gemacht. Gut. Nichts. Silver Locket war nichts. Gibt's denn hier? Entdeck 100 Orte. Nice. King Edward Memorial. Wow. Das ist einfach ne Bank. Eine Babyrasse. Das ist einfach ne Bank. Eine Babyrasse. Oh, ein schönes Memorial hier. Okay. Was geht hier denn ab? Wo die Gäns? Na toll. Ingewollt ist ja nicht anders. Oh. 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 Oh man. Oh man. Look at you. Oh man. Oh man. Iные offspring. Oh man. Oh man. Yes. Tanравa. Ah dupe. Nein, das wollte ich gar nicht. Das wollte ich. Echt? Du schießt auf mich? Ist noch jemand hier? Ja, der ist ein bisschen weit weg. Habt ihr denn ein schönes Leimhaubecken? Ich habe Vintage gewählt. Oh, eine Golduhr. Ich kämpfe das linke Bein. Irgendwas interessantes bei den Booten? Ich glaube nicht, dass wir da rein können. Echt jetzt? Die lernen es nie, ne? Ihr habt doch gesehen, wie ich alle eure Freunde hier getötet habe. Dann denkt ihr euch, ja, ich verstecke mich hier hinter der Mauer und schieße da mal ein bisschen aus der Deckung. Das wird bestimmt Helden. Nein, tut es nicht. Ich könnte ein bisschen hier ein dicker Rass. Vielleicht noch hinterher. Ach Gott. Wo müssen wir denn ganz hin? Ah, mal ein ganzes Stücke. Ich bin zu schwer. Na toll. Eigentlich würde ich da nur lang klatschen. Hm? Echt jetzt? Oh, Pfeffer. Ah. Ah, der Streifenanzug. Wir brauchen ja ein Lack von irgendeiner Patrouille, ne? Ein Syndikatshund. Ist da nicht ne Mine? Hm, die wäre... Oh, dann kriegt man vier nukleares Material, oder? Kriegt ihr auch ne Mine? Nein. Komm hier, lass ich ihn töten. Danke. Wollen wir denn hier vorne? Die Bunker, oder was? Doch, genau hier. Das ist doch so ein Typ, oder? Ah, ein Silikatsheldener. Dann muss ich noch ein paar mehr von denen umlegen. Auch Silikatsheldener. Und geschmorzen. Wir brauchen das von irgendeinem Lieutenant, oder so, ne? Hallo Vogel. Oh, das glaube ich. Wo genau ist denn das? Was? Ah, drüben. Na. Warum kennen wir das? So, genau hier. Oh, kannst du mal aufhören? Nein. 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 Das heißt, springen besser. Ich denke, sie schießen auf uns. Ich bin mir aber nicht so ganz sicher. Okay. Oh, ein 30er Pistole. Da war da noch einer. Da war da. Was ist das hier für den Laden? Und Kanada Platz. 79. Da ist auch wieder so mega dunkel, ne? What was that? Ack! Ack! We can't help him. No. 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 Oh, ein Rattengift. Ack! Ack! Oh, das sind noch ein paar. Ack! 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 Baaam! Baaam! Warum da denn keiner von euch so'n Dinger nne? Oh, ist so das Spiele, ne? Oh, das sind das Spiele, ne? Ack! 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 Don't ask much. Glaube ich nicht mal die Knabe, wa? Joa, das hinten kommt mir eins wie gedacht, oder? Ja, ich weiß nicht. Ja, ich weiß nicht. Oh. Oh, warte, warte, warte. Geht gleich weiter. Kurz nachladen, so. Und down. Hey. Was war der noch? So weg von? Ah, was geht mit euch? Kannst du das essen? Nein, Kürbis, nein. Das Ding ja auch. Oh, der Kopf ist auch schwer verwundet. Der ist auch weg. Dann bleiben hier nicht mehr viele. Oh, boah, du Bief. Warum nicht hier? Au. Komm. Um raus zu sehen, na du. Latsche hier vorne wieder irgendwo, oder? Was hast du denn für die Knarre gehabt, ne? Ah, sorry. Ah, wie so blöd wie. Die Karte. Die Karten klagen. Stimm weg. Die Kartenzeichen. Das du. Zwei hitmer. Was du? Ich clearing nein. Dann steigen wir zurück. Du wirst... Damit hast du auf mich geschossen. Gibt's schon eine Zigarre. Oh, ich bin auch manchmal verloren. Das ist ja eine Zweitone. Eine Ermüdungserscheinung. So haben wir noch nicht. Ich hoffe, ich irgendwo zu verstecken. Ich dachte, wir wären hier willkommen. Hm. Weiß. Oh. Anteil des Silikats-Outfits. Raiders. Da lang. Hier unten ist er glaube ich, oder? Jupp. Ach so. Rüchern wir in meinem Alleingang hier das halbe Silikat aus. Aber keiner, der irgendwie so die Anstecknadeln hat, die der Typ da wollte, ne? Trader. Trader-Startup. Eigentlich bin ich ein Trader. Und dann? Guck mal hier hin. Guck mal hier hin. XP in die. Kamp-Warm. Schroffe Revolver. Kamp-Warm. Kamp-Warm. Kannst glaube ich bei den Ballen, ne? Trader. Kamp-Warm. Und keiner der Platz. Wo müssen wir denn dahin? Da unten rein, oder was? Nee. Glaube ich nicht. Kanaray Off Station. Unzugänglich. Lässt sich nicht öffnen. Okay, hat sich die Frage schon erledigt. Okay, sieht es aber echt gut aus, muss man sagen. Dafür, dass der Rest der Stadt so ziemlich im Arsch ist. Aber ich sehe gerade, dass die Folge wieder vorbei ist, Leute. Da sollen wir hin. Östlicher Wintergärten. E-St-Winter-Borgen. Das ist auch lustig. Jo, das machen wir dann beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Einschalten, fürs Liken, Abonnieren und Kommentieren. Und ein riesen Dankeschön geht raus an meine monatlichen Kanal-Unterstützer. Gerd Lorenai, Sascha Tewes, Ist halt so. Nageltermin, Hate & Tour und Stefan Freunde. Riesen Dankeschön. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Gehabt euch wohl. Bis dann. Dann kannst du es mit einem leeren draufschreiben. Dann hast du mit einem dum templaturs und findest dir, dass du im ganzen habt. Na pista. Dann hast du Pointe gesehen. Vielen Dank.